Golf-Profi Tiger Woods hat sich nach seinem schweren Autounfall erstmals selbst via Twitter zu Wort gemeldet und für die Unterstützung bedankt. Es ist schwer zu erklären, wie berührend es heute war, als ich den Fernseher eingeschaltet habe und all diese roten Shirts gesehen habe. An alle Golfer und alle Fans, ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit. Bei Golfturnieren haben am Sonntag zahlreiche Spieler ein rotes Shirt und eine schwarze Hose getragen, das Outfit, das Woods stets für den letzten Tag eines Wettkampfs wählt. Woods war vergangenen Dienstag mit seinem Auto von der Straße abgekommen, das sich mehrfach überschlagen hat. Er verletzt sich dabei schwer, bekannt sind mehrere offene Brüche am rechten Bein. Seit dem Unfall in Los Angeles hat es nur Stellungnahmen seines Managements gegeben.